Musik So meine Lieben, guten Tag, guten Abend, wie auch immer man sagen möchte. Heute streame ich endlich mal wieder. Ich glaube vor zwei Tagen war der letzte Stream. Oder? Ja, doch. Na ja, schauen wir mal, was wir heute zusammen kriegen. So, dann machen wir nochmal ein bisschen Eroberung. Ich werde die Streams jetzt immer mal wieder ein bisschen kürzen, da ich sie ja dann auch bei YouTube hochlade. Das heißt, so an die 40 bis 50 Minuten, darüber will ich nicht gehen. Ihr kennt es ja selber. Ist dann doch immer etwas lästig, wenn ein YouTube Video dann über eine Stunde dauert. Was aber natürlich nicht heißt, dass die Streams weniger werden. Ich werde es nur zwischendurch unterbrechen nach so 40 bis 50 Minuten. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Und dann wieder neu beginnen. Im Stream quasi neu starten, sodass ich wieder 40 bis 50 Minuten hinkriege. Geht dann letztlich auch schneller mit dem Upload. Natürlich das große Thema heute über Nacht die Wahlen in den USA. Schauen wir mal, was da rauskommt. So, wollen wir mal, dann schließe ich mich dran. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Hm. Den wir nochmal hier rein. Al-Burda. So. Was spielen wir denn heute? Versorgung habe ich noch gar nicht gespielt, gar? Aber gut. Würde wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren. Hm. Ich bin so unentschlossen heute. Machen wir doch mal später, schauen wie es läuft. Wenn es nicht läuft, wächst nur aus dem Medic. Der Ausnahmsbotten ist halt schon wieder fleißig rum. einmal guten tag gesagt wir haben einsatz ziel mit einem konzer? ne jetzt nicht schiebte bitte ist da irgendwas? los wir haben einsatzziel caesar erobert tschau die los sind dann die überpanzer zerrehe ich mal bitte nicht das haus durch drücken wir verlieren einsatzziel caesar wir verlieren einsatzziel caesar wir haben einsatzziel caesar verloren der war wohl schon neben mir so so ich habe auch immer das glück irgendwie in teams zu kommen hier würde ich abkacken das muss man ganz klar so sagen zumindest die letzten zwei Tage vielleicht letzte Tage die letzten zwei mal wo ich gespielt habe gestern habe ich gar nicht gespielt ihr wisst schon was ich meine sie kommen sie dann zurück die 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 wenn sie nein ết Oh ja, ich muss heute erstmal wieder reinkommen. Das ist aber immer ziemlich schwer so, wenn man zwischendrin einsteigt dann irgendwie noch gescheit so eine Runde reinfinden. Ist doch noch etwas schwierig in dem neuen Battlefield. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Das war's für heute. da ja 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 Nein, ich weiß nicht, muss ich doch mal ein bisschen. gut wir haben einsatz ziel bertha verloren das mit der hitbox irgendwie habe ich noch nicht so ganz was beim snipen beziehungsweise vielleicht ich versuche noch irgendwie zumindest beim snipen wirklich das den punkt zu finden wo ich beim dragshot abzudrücken muss und 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 wir haben einsatz ziel albert erobert am pc damals doch recht idee auch noch bei battlefield 4 hier battlefield hardline aber hier weiß ich auch nicht ich entfehle noch nicht so ganz raus und Das ist ja nicht so, als wenn das meine Erbsbettel steht, die anderen sind. Weitlicher Sanitäter, da! Oh! Panzeransicht! Oh! Oh Mann! Ja, das ist das, was ich meinte. Ich hab's noch irgendwie nicht so raus. Beim snipen. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Tipps, wer weiß. Ja! Unser Luftschiff ist unterwegs. Oh Mann! Ja, feindliche Pack! Unser Luftschiff ist eingetroffen. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Feindlicher Reiter in Sicht. Panzer. Aber ein Panzer. Feindlicher Reiter, seht ihr ihn? Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Ich kann das auch nicht für ganz mit den Entfernungen einschätzen müsste. Einsatzziel Friedrich verloren. Wunderdrop gibt es sowas in Battlefield 1? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Wir haben alles in der Hilfe, Ratio! In Battlefield 2 als auch in Battlefield 4 gab es das. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Caesar erobert. Vielleicht verziehe ich es auch immer. Jetzt kommt er von hinten. ... ... ... ... ... Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ah, ich verziehe immer. Ich bin immer schon drauf und dann verziehe ich doch wieder rüber. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ich hab den Dreh noch nicht raus, aber es kommt noch. Was ist das nun? Oh! Sobald. Oh! 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 Das war's für heute. Ah, seht ihr, das ist das, was ich meinte. Ja, das ist, ich versteh's nicht. Ich warte auch jetzt direkt drauf. Naja. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel David erobert. Das war's für heute. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel Bertha. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Geht es nicht mehr her. Und zack. Und zack. So, wo kommen die Leute jetzt von A runter? Ich hör doch schon die Stimme. Oh Mann, komm. Versteckt euch im Turm. Im Bunker. Im Bunker. Mai, mai, mai. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Oh wow wow. Jetzt reitet der mir ins Gesicht. Jetzt reitet der mir ins Gesicht. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wir haben eine Unterricht. Wir haben eine Unterricht. wir haben einsatz ziel albert einsatz ziel bertha verloren da feistlicher bomber mit diesem nebel auf der einen seite ist er manchmal ganz gut praktisch man kann sich selber irgendwo durchsneefen aber häufig ist er auch richtig nie entwickelt selber nicht wie du siehst wir haben einsatz ziel erobert ne wir verlieren na das ist schön dass man verlieren das weiß ja so ich weiß ja wenn man irgendwo einsteigt wir haben das einsatz ziel albert verloren aber wie gesagt wir brauchen einfach noch ein bisschen bis ich das snipen raus habe und dann sollte das doch auch besser klappen gucken wir mal laufen wir nochmal weg von der panse hier runter aber das kommt da eher hoch und werden schwedern vom dingo quads nun ja also im sniper muss ich noch üben das wird vielleicht ein bisschen lästig für euch zuschauen aber was muss das muss nicht nicht nur wie wo ist das das Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir haben einsatz ziele ja war klar haben wieder zu lange gebraucht zum anvisieren ja 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 oh mit ein schuss auf die entfernung selbstlader ok was war das denn die belegen mich auch nicht wieder hinter dir mein dear friend unter dir wir verlieren einsatz ziel bertha das kann nicht wahr sein oder also wenn man sich das jetzt nochmal im video anguckt ich weiß noch nicht aber da verpufft die kugel am gegner ja das ist zumindest bei mir aus ja 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 jene ja 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 Oh Was ist das denn? War er so? Da ist er, ok Wieso killt ihn keiner, wenn er hinter uns ist? Ja, du hast ihn nicht gehabt, du hast ihn nicht gehabt Wieso nicht es hast? Wieso für die Steine? Wieso? Das war nicht so schlau, aber der Medik könnte mir manchmal wiederbeleben, ne? Ne, er rennt weg. Aber das ist echt ne Plage in diesem Spiel mit den ganzen Mediks, die einfach niemanden wiederbeleben. Das war nicht so. Wir verlieren Einsatztiel Cäsar. Oh, komm, der wird schon wieder her. Ja, dann schüter ich von hinten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Puh. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Okay. So, bei dem Tiergifter steigen wir nicht mal an. Das bringt's nicht. Die Runde ist gleich aus. Jawoll. So. Ich glaub, wir müssten genau die Stunde voll haben jetzt oder an die 50 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt hier den Stream kurz überbrechen. Und werde dann aber in einer knappen Viertelstunde wieder da sein. Ich werde mir noch kurz was zu essen machen. Und dann geht's weiter wahrscheinlich dann mit einem Kumpel von mir zusammen. Also dann bis später. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Ciao.